Ah, was? So, das Rehn. Weißt du irgendwas über das Spiel-Engine oder so? Ja, das ist die Lego-Engine. Seriös-Modus. Entschuldigung. Das ist die Lego-Marvel-Heroes-Engine. Na, was für eine Engine verwende ich, das krammig schau nicht schlecht aus. V8. V8? Für dieser Motor? Ja, ich hab kein Engine. Ich weiß ja nicht, dass du... Doch flexibel. Amerikanischer Erfindergeist. Genau so ist es mit amerikanischer Erfindergeist. Ziehen wir auch mittendrin wieder. Ich muss Spuren aufnehmen. Warum hat sich der Halsch auf die Hose gegriffen? Man weiß es nicht. Ist ein Unfall passiert? Tony, los, zurück zum Stark Tower. Du brauchst etwas weniger, ähm, auffälliges. Oh, ich habe ein tolles neues Outfit. Habe ich mir neulich zusammengestellt. Na, da bin ich aber gespannt. Wir brauchen Iron Man, wenn wir die kosmischen Steine wollen. Los, rüber zum Stark Tower und rein in den Anzug. Schuss, rüber zum Stark Tower und rein in den Anzug. Das ist schießt, was ist es nicht einfach, keine Chance für ihn. Und ich habe 아버in, wie es nicht zu sehen ist, dass der Hand ist. Ich bin so sehr äußt, dass der Hand ist. Das ist das Niveau, wenn du das entweder etwas auszutreten musst. Vor allem nur mit Ironman-Helm, herrlich. Ja, das ist ein Fanboy. Das war's ja so gut. Jetzt soll ich los springen und los fliegen, aber du bist der erste Ironman-Helm. Du bist der erste Ironman-Helm. Tja. Der Helm allein muss doch auch irgendwas können. Ja. Jetzt zeigen wir, wo das nächste Iron-Taxi ist. Toll. Ich kann trotzdem was kaputt machen. Wir haben ein Kloth. Schau, komm. Das ist so cool, dieses Shield. Schau. Schaum. 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 Das ist einfach noch cool gemacht. Hier im Open-World zeigen dir diese blauen Steine, wo du hin musst. Aber in der Mission wäre das wesentlich besser, wenn wir immer hängen. Ja, aber hier kannst du dich auch leichter verlaufen als wenn wir jetzt. ich vermisse das Fliegen so das ständige rumlaufen macht mich ich nehme so ein Stück mit einem Klassiker so ich bin sogar der Fahrer du sie sich drehen äh mit dem du so Gas geben zum Star-Tower-Täter ich bin ein Chauffeur, sag ich so, schreckt es oh mit Fremslichten oh sorry, er ist der Park hier über die Nordbrücke bitte wo kriegt der Landtag ja unten am Radar hast du die ja ich sicher wir leben so schnell ich falle so schneller läuft der verdammt man wenn wir nie einholen sie wusste das sind noch viele kleine Symbole hier zum Beispiel hier ja ist irgendetwas was der Friseur oder was das man weiß es nicht das ist ein Friseur das muss das zu verstehen wir machen wir machen vielleicht sind das die das können wir tun auf jeden Fall vielleicht sind das so Mini-Quests Prozent Urkampus auch nehmen Anfang Blüttel war auch das hätte ich auch gern aber mein Fahrgästen schon aus wie ein Gefängnis das müssen wir doch nicht über die Versicherung regeln in Feuerwehr ab ist das Smart gewesen also nicht das was du ankommen hast oder vorne das ist so viele Sachen das ist ein Fragezeichen vielleicht kommen wir da eher an das macht jetzt was umgefahren die Story mal weiter spielen und dann uns frei austoben Jana ich hätte gern mal meinen Anzug wieder ich bin ja dann holen wir mal den Anzug das steht hier schon stark ich habe meine Schlüssel in meinem anderen Anzug vergessen die Tür irgendwie anders öffnen wir müssen einfach nur ein bisschen erfinderisch sein ja holen wir den Halk der heute sein naja da oben sehe ich schon ich stehe immer den Fuß auf die Seite nicht zu Hause ok das ist was für dich auf jeden Fall nochmal da ist ein Schalter das ist für dich ah das sind wir nicht für mich achso ich muss wieder hacken ich muss wieder hacken das wird dir echt Tamm bringen oder hast du gut gehackt naja das ist schon schwer und darunter die ganze Ballärer Eingangstür so Iron Man Anzug ich habe eine Baby-Girl der Stark Tower präsent die Skyline von Manhattan als A. hochmoderne technologische Forschungseinrichtung oder B. als riesiges Denkmal für das Ego des Besitzers Ansichtssache Wer ist die eigentlich verdammt keine Ahnung darf mich noch nicht einregen mein Ego ist groß nicht so verdammt ich schluss sieht aus wie ein Smoking für die etwas offizielleren Kämpfer Schatz ich bin zu Hause warum so ein unfreundlicher Empfang Jarvis ich bin's dein Boss Alarm Sicherheit aktiviert ich bin's ok Jarvis Befehl für Sicherheitsdeaktivierung Tango Oskar Sierra 3963 wir müssen unseren Weg reinkämpfen jemand muss sich in mein System gehackt haben das ist doch eigentlich mein aber man sieht man sieht an der Mundbewegung dass es auf die englische Synchronisation hin abgetrimmt ist ja abgetrimmt ist ja oh sieht gut aus ja es ist Stark Tower nein ich bin grafischer ach so ja es sagt schon ja die Lego-Engine mhm kann ich auf meinen Anzügen nicht mehr trauen also nicht das da ok sie sind alle mit dem Hauptrechner verbunden außer einem ah da ist der Anzug scha so geil kann man das so kaputt machen weil wir diesen handroboter kasten in Ironman nicht mehr weh er wird diese Handroboter kasten in Ironman Die Musik ist auch sehr gut, wenn wir das hier wieder sein, oder? Ja. Kannst du in den Anzug rein? Der ist nicht ganz schwer. Nein, jetzt ist es aber... Nein, aber ich kann den Tambor. Oh, du machst einen Charter draus, okay. Nun habe ich selbst eingesperrt. Ich wende zu Iron Man. American Man. So. Was machst du da? Du musst hacken. Ja. Jetzt kommen wir schon mal weit, ne? Oh, es ist... Oh, ja. Mit Timing. Wackeltacke. Tja, ich habe es geschafft. Und du? Ich sehe nichts. Aha. Ah, ja. Da darfst du mich schicken. Ah, ja. Ah, du musst mich kamern, Baby. Ah, 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 ah. Ja, ich muss ja dahin. Geh weiter. Du kannst... Ja, danke. Du kannst dich noch ein bisschen. Danke schön. Da muss ich hin. Da musst du hin, ne? Dann hin, da... Jetzt? Ah, okay. Ich habe 2, okay. Da muss ich hin. Ich brauche meine Keycard, um den Anzug freizugeben. Und die hast du nicht. Die ist da drüben. Auf der anderen Seite der... ...verriegelt die Tür. Oh. Oh. Also, steuerst du das jetzt? Ja. Okay. Das schaut ein bisschen aus wie einer von diesen Roboter... ...von das Wund aus der 8. Strasse. Weil du so viel noch kennst. Ja, ja. Ah, das sind die Anzüge. Cool. Ah, der Ur-Anzug. Cool. Das soll doch der erste sein, oder? Mhm. Zeig mal her, wie der ausschaut. Zeig mal her. Oder starte die Zwischensekrenze. Jungs. Aldrich Killian. Ja, Aldrich. Wir warten das wieder. Das ist die vorher drüben, okay. Der kann doch nicht fliegen, glaube ich. Der Anzug schert. Ja. Ah, der schießt doch hier vor, ja. Hier kann man einfach schießen. Kannst du das da oben kaputt machen? Ja, wenn du mal sagst. Weiter links. Links. Ja. Da oben. Ja. Jetzt kann ich mein Shield draufwerfen. Jetzt müssen wir es aufgeben. Jetzt müssen wir es aufgeben. Ah, der Combo-Breaker auch bitte da. Nicht schlecht. Wie sagen wir, da wollen alle sein? Hehehe. Ah, so funktioniert das. Ich verstehe. Ja. Ja. Die Läumen stimmt, bitte. Ja. Wie funktioniert das, der? Wie funktioniert das? Ja. Wie funktioniert das? Ich bin das wichtig, dass einer von uns immer so ausschaut wie die Gegner, dass wir sich auch nicht rausgehen. Jetzt bist du grau, als die Gegner auch grau. Schöne Sandkiste. Schau! Das ist wer da oben hängt, siehst du ihn? Nja, das ist der nächste Pfeiler! Er ist immer irgendwo versteckt, dringend. Punkt zu und durch. Wow, was ist das? Ist das der Chavis? Schau! Ach so! Ah, der Sandmann kann da was machen! Ja, Sand spielen. Wieso ich sage, das hat sicher einen Wiederspielwert vom Feinsten, ne? Ja, vor allem das mit der D-Kanne, ne? Müssen wir dann auch noch irgendwie fragen. Wer ist der rote Typ? Ich geh mal da noch hinten, aber ich nehm mal an, das ist was für dich. Oder? Nein, ich kann auch Hebel umlegen. Um doch zu etwas zu gebrauchen. Das ist Captain America! Fuck yeah! 20, dann geht's. Warte, ich komm schon. Ja, das musst du machen. Ja, wenn er mich lässt. Ich schalte den Strom aus. So, Entschuldigung. Smash it! Ah, du holst es rüber, okay. Gut. Ich seh jetzt nicht drauf, wo der Elektro zieht mich. Oh, da! Na! So. Ich hoffe, dieser alte Anzug taugt noch was. Na! Hol das Ding rüber, bitte! Ahhhh! So, und weil wir das geschafft haben, sie dann in den nächsten vier Folgen, während wir das hier probieren. So. Auf ein neues! Uhhh! Oh, kalt's mir das rüber, bitte! Du musst das gar nicht an B halten, oder was? Einmal B drücken, nur. Genau. Oder einfach nur gehen. Ah, das ist nicht so schwer. So gehen ist nicht so schwer. So gehen ist nicht so schwer. Tja. Du nimmst ja die Münzen mit, oder? Ich geb mir Mühe, ja. Ich gerade nicht extra runter jetzt. Ah. Ich hab' den Amerikaner, wie er lebt und lebt. Puh, vor allem wenn ich ihn auch nicht mit drei. Hm, sicher. Ich hab' den Fett Hals. So. Oh, das... Aber wir demolieren eigentlich deine Einrichtung gerade so. Ja, das macht ja Spaß, dieses Wiederaufbau. Ach so. Ja, stimmt. Die Filme ruiniert auch immer seine... Villa, ne? Das ist ein ziemlich beeindruckendes Gebäude, ist das da. Das ist mal eine Aussicht. Kommst du da rauf? Ich nicht. Ah, ich grandelier da drum noch. Ach so, du rangst doch zusammen bei mir gerade, oder was? Ja. Ich verstehe. Ich möchte dir durch helfen. Schein-Holografen-Win. Da gibt's einen Wind, glaube ich, oder? Was ist da? Ein Wind-Kanal ist da, oder? Auch ein Wind-Kanal, aber... Nichtsdestotrotz. Wenn ich Wohne gegessen hab, bin ich auch im Wind-Kanal. Genau, das ist was für dich deswegen. Wuuuuh. Affenmensch. So. Soll das da Chavis sein, das ist, oder? Okay. Kannst du dich grad vermöbeln, oder? Ja, ich mach da meine... Super-Möbel. Es muss cool aussehen, natürlich, wenn ich die verpöbel. Ding! Kann man ja mit der Poppe auch springen, oder? Ja, war der ein Marvel. Wer weiß? Wer war der erst? Hilf mir, Poppe! Vielleicht muss ich das Schild da raufwerfen, dann macht das Ding. Oder du bist dann so weiter gesetzt. Oder ich geh wie in den Kanal, wuuuuh! Na, jetzt. Vielleicht da drauf schießt auf das mit dem Schild. Fragen wir. Auf das da, oder was? Ja, nein. Okay, dann mach mal... Achso, mit dem Schild runter vielleicht? Ja, ist schon möglich. Wie ist das gegangen? Mega. Ja. Ich muss draußen machen zuerst. Dann dann reingehen. Definitiv nicht. Kannst du das ausschalten da unten? Wie? Ich schau mal da oben, ob ich was übersehen hab. Ah, da. Kannst du da vielleicht... Kannst du da unten was machen? Da? Ja, du kannst du das vielleicht drücken. Nein, ich war nicht... Kannst du da oben das Schild hinwerfen? Ja, da. Nein. Siehst, da werden diese... Diese Hilfe von der Open World war hier wieder cool, ne? Hier, wo du ein Mädchen bist. Ja. Genau das. Ja, gut. Sehr gut! Ja, jetzt haben wir's Kraft. Aha. Das ist gut. Aber ich muss nur da oben, ne? Aber wieso ist das jetzt kaputt da? Was ist das? Was ist das? Okay, das ist das. Will it plant? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist gleich im Gesicht. Nein, das mach ich. Ich muss sagen, dieser Anzug sieht noch ganz gut aus. Hm, da muss wahrscheinlich noch ein Strahl kommen. Da musst du springen, ja. Ja, nicht ich, du. So, schau, so. Nein, ich kann das nicht. Ja, aber aus dem Motocall. Ja, das weiß ich. Das hab ich schon vorher gemacht, mit ein paar Levels. Ja. Und ich wusste nicht, dass er das nicht schafft. Ja, der Baum in Halt, ne? Für das halt, das ist ein Special da, der. Ja, das Motorrad. Na, weiter, machen sie weiter. Kannst du jetzt unten rein? Wo? Ja, da. Nein, aber rein schießen. Ah, jetzt kommt der Laserstrahl, ne? Oh mein Gott. Ich kann ruhig werden mit einem Shield. Vom Gefühl her. Die Agency, oder was? Ja, nein, nein, nein. Den aufladen da. Ja, genau. Ah, die Legosteine laden sich auf. Ja, das hab ich nicht gesehen. Ja, jetzt die linke Seite dann bitte da her. Du hast es in dein Haus so entwickelt, dass du mich brauchst, um da reinzukommen? Nein, nur wenn, nur wenn alle Arme sind. Ach so. Das machst du, wenn ich... Oh, was hast du da gebaut? Nein, ich kann ohne, die ist sehr unangenehm. Tja. Du brauchst dich gerne noch gut zu sein. Ich würde schon immer mal umdekorieren, da. Und ein paar Lego-Sterne zusammenbauen. Du hast den Jetzt wissen wir's schon, oder muss man sich dranhängen? Aber nicht irgendwer, sondern jetzt... Ich finde das so süß gemacht. Das ist super, ja. also so Chavis dann rötzen wir uns jetzt hier den drücken wir natürlich um auf Frieden mit Liebe, ah dann muss man was aussehen meine Systeme werden gerade übersteuert wow, das ist ziemlich cool keine Zeit dafür da kommt doch wieder Strahler dann musst du in von ihm ja dann musst du in von ihm ja ja und dafür kann der Liebe Captain Mary Paine haben wir etwas was da hineinpassen könnte so guck mal ja komm ich dir zu frei ah das ist wieder blau das System teilweise wieder hergestellt fordere sofortige Bereitstellung des Mark 42 Anzugs an Mark 42 Zeit mich in Schade zu werfen ah jetzt ziehst du deinen Anzug an oder cool, warum hast du das nicht gemacht vorher ich empfehlen das ist zu süß gemacht versuch mal mit deinem Laser da eine Form rauszuschneiden dann machen wir das was für eine Form muss ich da rausschneiden ja gesagt deine Form wenn ich das richtig verstanden hab nö ich habe mich mit dem Schade die 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 Und, das für das Protokoll? Ding! Der Movie ist so süß. Okay, was wollen wir jetzt noch machen? Das ist deine Bude. Ja, wir haben sie zerstört, das ist mal okay. Ah, das heißt, Charaktere mit Hitzestrahlwaffen können goldene Wände durchbrechen, ne? Ja, das war das, wo wir unseren Bahnen kamen. Ja, genau. Oh, was ist los? Ich bin nervös. Ich werde fast runterkommen, ne? Jetzt ist das vielleicht auch jetzt gewesen. Ah, jetzt können wir nämlich die ganzen Figuren holen, da. Jetzt können wir die ganzen Figürchen holen. Kannst du auf meinen Shield ballern eigentlich? Cool. Wie ich das deflaken kann. Wie cool das ist. Irgendwie treffe ich es nicht. Jetzt schon. Wie ist so das leuchten...? Wie ist so das leuchten? Was gibt es nicht? So ich das nicht treffe. Das Schreibtisch gefällt mir nicht mehr eingefallen, wollte ich nur was täuschen. Da waren ja noch mehr, fünf Stück. Ja, bei diesem Luftschacht war ja auch noch einer, ne? Eine Mutter hat bekommen oder so? Ja, da ist noch eine Schar. Achso, du kommst da drauf, ne? Links runter und links. Ja, nicht so weit runter. Vor? Da rein. Genau. Sehr hoch. Da waren ja noch mehr, oder? Da war da eigentlich noch eins, ne? Da war da noch eins. Da war da noch eins. Da war da noch eins. Ja, aber da kannst du nicht mehr zurück. Bist du halt nicht? Der baut sich auch immer in die Filme ein, ne? Als Concierge, Starkler und so. Ja, ich verstehe aber nicht trotzdem, wo da noch was sein soll. Sorry, da muss noch eins sein. So was ist unsere nächste Aufgabe. Da ist noch eins, schau. Wo war das? Ganz, ja dort. Eins muss noch mal sein. Kannst du darauf? Definitiv ja. Ja, wo ist es da oben? Rechts ist dort. Möglich. Gut. Oh, Mandarine. Der ist doch ne'n Schauspieler. Ja, Mandarische Sprache, das bitte. Mandarine. Ist denn der sich mit Kruke, oder? Ja, das ist dieser Stein. Dieser Mächtige. Aber ich benötige dringend eine starke Kraftquelle. Ach so, dass sie ihn in der Brust hat, ne? Nun, du stehst von den Besten. Ja, genau. Das ist nicht das einzige, wobei wir uns bedient haben. Wo willst du hin? Trau nie einem Halbgott. Halbgott. Wie schön sich das Spiel erinnert. Mit so genannten Avengers. Eine Lektion zu erteilen. Genug, du Clementine. Ich hab nicht recht sagt. Ich hab nicht recht. Damit hättest du recht. Stark. Ach so, der hat mich. Ne, wie schön明 ist der? Kann ich denn sein... Kack. Ich hab nicht mehr, wie ich das aufhört. Ich würde den Barsch nicht aufhalten. Ich habe immer mehr. Nicht mehr ruf. Ich würde den Barsch nicht aufhört. Ich würde mich das aufhört. Ich würde den Barsch nicht wieder aufhört. Helden, gibt es nach wie vor noch nicht. Ah, der hat mich wieder. Schau mal da unten, was geht denn da? Da oben ist irgendwas mit dem Shield, glaube ich. Ah, Speichern, okay. Da oben, die Scheinwerfer leuchtet. Okay. Ich glaube, wir müssen da rauf gehen. Ah, ich kann auf mich schießen. Da oben glitern die Scheinwerfer. Das ist interessant. Das ist doch am Hut. Ich versteh nicht, was man mit diesen Dingern da machen muss. Vielleicht muss man auch einsammeln immer. Ich kann es nicht schießen die ganze Zeit. Ja, jetzt habe ich wieder in seinem Soft-Dinger. Ja. Oh, ah. Wie könnt ihr meine Vision für die Menschheit erahnen? Jetzt werde ich eure eigenen Waffen gegen euch richten. Schnappt sie euch! Ja. Ist das die Hulkbuster-Rüstung? Ja. Und er kann dann alles, was Hulk kann? Ja. Boah. Witz und er hat den Kopfkast. Aber ich muss mich mit den Web-Dingern sagen. Da kommt noch ein Witz-Strauber ein bisschen. Ja. Ich bin mir auf die Hitz-Strauber ein bisschen. Okay. Ich bin mir auf die Hitz-Strauber ein bisschen, da. Was sag ich mal? Ah, das sind die anderen Iron Man Figuren, oder? Und hier. Da weggehe ich mich nicht mehr an, ich glaube das ist die Verlust. Wir haben mal den Schlied dran. Ich bin aber lieb, dass du solidarisch am Boden stehen bleibst. Kannst du da noch was machen? Aber irgendwie... Jetzt hat er den Capricorn schon... ...blast ihn. ...blast ihn. Ding. Hey, lass mich vorhin raus weg. Kannst du das mit dem Schild reflektieren, oder so? Nein, ich nehme ihm eh ganz wenig weg. Da hat er ihn mir drüber. Sollte ich das drücken? Jetzt bin ich auch mehr. Daher. Das geht's gut. Ah, da kann man was Traum, oder so? Oh, das ist die. Okay. Du musst drücken Ist das was du mehrfach? Ist das was du mehrfach? Oder PH Was du da in außerirdischen Wunderbar Ne? Ich würde das zwar nicht schrauben, aber kann ich. Einmal das was du überrasst! Das war's so ein Wunderbaracum! Mögen bei mir immer noch ein Wunderbaracum! Das hätte man aber noch brauchen können, das Teil. Na, magst du meinen Anzug? Ich habe eine Schwäche für Oldies. Wie kommt es, dass mein Turm nie verschont bleibt? Sehr cool, sehr cool. Das nächste Mal geht's weiter bei den Namens, Jus. Problem.